hey leute heute kommen mal wieder ein paar videos dieses erste wird ein let's play questuell gegen drei spieler mickey maus 44 herbsttag 22 11 und guetu und anfangen möchte ich mit herbsttag 22 11 wie oft finden weltmeisterschaften im tischtennis einzeln statt wie viele farben gibt es beim sammelkartenspiel magic the gathering wie wird ein latentreffer im fußball gerne genannt bei dem unklar ist ob die torlinie überschritten wurde oder nicht ich entscheide mich jetzt für glaube und religion aus welchem land stammt kukur th ein fest zur feier von hunden welches buch kann man in der bibel nicht finden welcher name kommt nicht in der bibel vor so jetzt noch das spiel gegen mickey maus 44 essen und trinken was färbt eine yellow milk oder golden milk gelb ein was wird in der schweiz in der regel aus einem boccalino getrunken wie heißt ein wein anbau gebiet in süddeutschland im jahr 19 1965 fand der erste außen bord einsatz im weltraum statt welche nationalität hatte der mann der ihn durchführte wie hießen die beiden russischen hunde die im august 60 zusammen ins weltall geschickt wurden und lebend zurückkehrten welche organisation hilft autofahren in der not so jetzt habe ich noch eine herausforderung gueto ich nehme wunder der technik die computertomographie ermöglicht röntgenbilder des körpers in 3d wie nennt man die methode auch wie hieß henry fords auto das zwischen 28 und 31 produziert wurde auf welchen himmelskörper landete die us raumsonde so surveyor 1 im juni 66 so und wie ihr seht war es das jetzt auch schon wieder von diesem let's play quiz duel ich sage vielen dank fürs zusehen und bis bald tschau